Der heutige Impuls hat wieder mit Tourismus im Zeitgeist zu tun. Das ist ja eine unserer Projektgruppen, die uns ganz, ganz wichtig ist, weil es viel um Beziehung, um Menschlichkeit, Berührung geht. Und jetzt geht es wirklich darum, Leuchttürme zu zeigen. Die sind wir dabei zu finden. Und heute ist Michael Stocker bei mir. Wir haben einmal gezoomt und die Geschichte, die er mir erzählt hat, die hat mich so begeistert, dass ich gleich gefragt habe, bitte Michael, wärst du bereit, davon zu erzählen, ein Interview zu machen? Ich habe gleich Ja gesagt. Und er hat ein Hotel geführt, fünf Jahre lang. Und wenn ich das vielleicht, um das ein bisschen abzukürzen, noch sagen darf, es war ein sechsstelliges Minus am Anfang. Also das war ein Eigentümer, der nicht operativ im Hotel gewirkt hat, der Liebnitz Mülle. Und das hat sich in ein sechsstelliges Plus gewandelt, innerhalb weniger Jahre, ohne umzubauen. Und wie das möglich ist, das erfahren wir jetzt von Michael. Michael, danke für deine Bereitschaft. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Danke, lieber Georg, dass ich die Gelegenheit habe, da auch das Interview zu führen mit dir. Ja, wie ist das vonstatten gegangen? Also meine Ausgangslage war eigentlich relativ bescheiden. Ich war vorher selbstständig in der Gastronomie, ich habe Konzerte veranstaltet und bin dort sehr erfolgreich auf die Nasen geflogen. Ich habe das Ganze mit einer Insolvenz beenden müssen und wollte eigentlich aus der Branche weg. Das Schicksal hat mich dann doch wieder in das Hotel in die Liebnitz Mülle geführt, wo ich anfangs noch etwas widerwillig einfach arbeiten gegangen bin. Aber ich habe für mich im Zuge der Insolvenz eine wichtige Entscheidung getroffen, und zwar, dass ich nie wieder nur für Geld arbeiten gehe, weil mich das einfach nicht erfüllt, weil ich habe das probiert davor jahrelang, habe auch meine Selbstständigkeit auf dem aufgebaut eigentlich und das war eben überhaupt nicht erfolgreich. Und für mich war klar, es muss der Mensch zuerst kommen, es muss mir zuerst gut gehen und die Zahlen sind dann eigentlich nur ein Nebenprodukt. Die sind durchaus wichtig. Also wenn ein Betrieb nicht wirtschaftlich ist und die Zahlen nicht passen, dann hilft die ganze Freude nichts, der ganze schöne Arbeitsplatz hilft dann nichts. Also das gehört schon auch dazu. Aber der Anfang ist immer in den Menschen. Und ja, wo ich dort hinkommen bin, habe ich dann halt eben gesehen, ja, jetzt habe ich zwar wieder erfreut, ich habe keinen Druck mehr, weil es ist egal, was ich verdiene. Ich komme so oder so durchs Leben. Aber die Menschen, die mit mir gearbeitet haben dort, in der Küche, im Service, in der Rezeption, sind nur arbeiten gegangen, weil sie Geld verdient haben. Und das war einfach schade, weil das Hotel ist ein Paradies gewesen, mitten in der Natur, an der Tei angelegen. Und da war einfach das Potenzial, was da war, ist komplett verschenkt worden. Aber Michael, ich habe zu sechsstelliges Minus gehabt. Wieso hat der Eigentümer genau die geholt? Ja, wieso er genau mich geholt hat. Das war zum Teil, glaube ich, Schicksal. Also, wir haben uns schon Jahre früher gekannt. Das war jetzt keine besonders freundschaftliche Beziehung oder so, was wir gehabt haben. Aber man hat sich gekannt, man hat sich respektiert. Und der Eigentümer hat in mir etwas gesehen, was ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gesehen habe. Nein, weil ich habe durch mein Scheitern einfach sehr an mir selber gezweifelt. Und er hat zu mir gesagt, Michi, das, was du jetzt an Geld verbrannt hast und was du an Lehrgeld versenkt hast sozusagen, das Geld brauche ich jetzt nicht mehr investieren, weil ich gehe davon aus, dass du aus dem Ganzen etwas gelernt hast. Und ich habe gesagt, ja, freilich habe ich daraus gelernt. Ich meine, so blöd bin ich nicht, dass man die Fehler wiederholt und den Weg auf die gleiche Art und Weise weitergeht. Und das war wirklich Zufall oder Schicksal, sage ich einmal jetzt rückblickend, dass ich in dem Hotel gelandet bin und dort auch die Chance gekriegt habe, gleich auf das Scheitern aufe, gleich wieder so eine Gelegenheit zu kriegen, mich unter Beweis zu stellen. Wie seid ihr es dann angegangen, Michael? Jetzt hat der Eigentümer gesagt, du bist der Geschäftsführer, Zahlen waren schlecht, Hotel toll. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du sagst, ja, wo, oder wie hast du die Ressourcen gefunden, wo du sagst, ja, wo ist der Hebel? Weil man kann ja auch sagen, wenn es schlecht läuft, ich spare ein billigere Lebensmittel, Kosten reduzieren. Das ist also der Klassiker. Du bist aber einen ganz anderen Weg gehauen. Ja, also es geht schon Hand in Hand, muss ich sagen. Also natürlich hat man geschaut, wo man was einsparen kann, wo man die Auslastung erhöhen kann, Marketingmaßnahmen und so. Nur das hat alles überhaupt keine Auswirkung, wenn ich menschlich die Basis nicht habe. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann, wenn ein Betrieb nicht läuft, ich kann nicht durch Einsparungen glauben, dass in die Gewinnzone kommen. Also vor allem nicht ein Betrieb, so wie es dort war, mit fünf Hektar Grund, mit Obstbäumen, mit eigenem Wasserkraftwerk, Fernheizwerk und so. Es war ja ein gigantisches, weitläufiges Areal. Und dadurch waren auch die Fixkosten, selbst wenn das Hotel zu gewesen wäre, hätte man dort mit 10.000 Euro monatlich überhaupt nichts erhalten können. Also der Weg über das Sporen, die Zahlen zu verbessern, der war für mich einfach überhaupt nicht da. Also es hat auch mit dem Steuerberater natürlich viele Gespräche gegeben und dann sind dort Vergleichsbetriebe aus dem Hut gezaubert worden und da und dort die Kennzahlen und so. Nur anhand der Zahlen, was aus meiner Sicht nur das Symptom des Ganzen ist, wenn ich dort anfange, Pfloster aufzupicken, aber nicht die Ursache des Ganzen verändere, dann ändert sich nichts. Und das war auch die Lehre aus dem, was ich in meiner Selbstständigkeit gemacht habe und wie ich gescheitert bin. Das war für mich die Lehre, dass ich, wenn ich dem Geld nachläufe, dann läuft man es davon. Und wenn ich den Weg jetzt dann in einem neuen Betrieb wieder auf die gleiche Art und Weise probiert hätte, dann hätte ich überhaupt nichts gelernt aus dem, wie ich gescheitert bin. Und eben auch der Steuerberater hat ja gemeint, nein, man muss eben sporen und man muss effizienter werden und so. Ja, aber ich kann nicht als Geschäftsführer gegen meine eigenen Mitarbeiter arbeiten und in einem Hotel dreht sich alles um die Menschen. Ich brauche auf der einen Seite die Gäste, die natürlich das Geld bringen, damit sich das Radl dreht. Aber noch viel wichtiger, meiner Meinung nach, oder der Hebel, der noch viel größer ist, ist, wenn ich bei den Mitarbeitern ansetze. Das heißt, ich brauche für mich menschlich die Klarheit, dass ich weiß, wer bin ich, für was stehe. Dann brauche ich Mitarbeiter, die mitziehen mit mir, die zu mir auch passen, weil ich verbringe den Großteil meiner Lebenszeit mit der Arbeit im Hotel oder habe das in der Vergangenheit so gemacht eben. Und das Gleiche gilt auch für die Mitarbeiter. Wenn ich heute als Mitarbeiter in einen Betrieb gehe, wo ich einen Großteil meiner Zeit jede Woche dort verbringe und dann bin ich in einem Umfeld drinnen, das, was mir überhaupt keinen Spaß macht, wo ich keine Freude habe, wo ich nur hingehe, damit ich irgendwann endlich wieder einen freien Tag habe, damit ich irgendwann endlich mein Gehalt kriege, irgendwann endlich in Urlaub fahren darf und um Gottes Himmels Willen, irgendwann darf ich endlich in Pension gehen und sterben, damit ich das Elend meines Lebens endlich hinter mir habe. Und das kann nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Da haben die Leute jetzt neugierig gemacht, Michael. Ich habe dich auch gefragt, hast du Mitarbeiter geändert? Wie ist den Weg dann gegangen? Jetzt arbeit ein Mitarbeiter, Geld, wie du gesagt hast, als Motivator, also wenig Motivation, das ist ja tief drinnen, da kann ich dir jetzt einfach sagen, jetzt heute sind wir motiviert. Was hat sie konkret gemacht, dass sie das dann mehr und mehr gedreht hat? Ein gewisser Günther hat da mitgespielt, das weiß ich, hast du mir erzählt. Ja, genau so. Der Günther war oder ist nach wie vor eigentlich ein Mentor von mir und der Günther hat mir in der Krise menschlich wahnsinnig viel geholfen und hat mir aufgezeigt, was meine Werte sind, was für mich, für den Michael Stocker wichtig ist, was auch da ist, wenn im Außen ich gescheitert bin, wenn eben das Unternehmen insolvent gegangen ist, aber dass ich trotzdem noch einen Wert habe und dass da etwas ist in mir drinnen, das vom Außen unabhängig ist. Und diesen Weg, der für mich als Mensch funktioniert hat, wo ich wieder habe aufstehen können, wo ich wieder in die Kraft gekommen bin, diesen Weg sind wir dann eigentlich auch mit dem Unternehmen gegangen. Wir haben am Anfang waren wir noch in der Saison, da war das nicht möglich, aber wir haben dann noch ein halbes Jahr circa mit der Mannschaft im Betriebsurlaub, mit der Führungsmannschaft einen Workshop gemacht, drei Tage, wo es wirklich darum gegangen ist, dass jeder Mensch für sich von den Mitarbeitern seine Werte, für was er am Leben ist, was seine Gaben und Talente sind, dass er für sich selber diese Klarheit hat und das auserarbeitet. Und dann haben wir auf der Basis die einzelnen Menschen, die einzelnen Werte, das, was an Potenzial, an Talenten da ist, haben wir gebündelt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt ein Hotel, was da unser Spielplatz ist, sage ich einmal, und die einzelnen Spieler sollen nicht gegeneinander spielen auf dem Spielfeld, sondern die sollen miteinander spielen, damit etwas Gescheites daraus wird. Und dann haben wir die ganzen Werte einmal aufgeschrieben und haben das sozusagen gebündelt, das eben zum Schluss noch eine Handvoll übrig geblieben ist und jeder einzelne Mitarbeiter, der da mitgemacht hat, also wir waren neun Leute damals, jeder einzelne hat von dem, was dann dort noch auf dem Flipchart gestanden ist, hat sagen können, wenn das jetzt das Hotel ist, wenn das die Liebnitzmühle ist und die steht dafür und wir erreichen das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, dann gehe ich nicht nur arbeiten fürs Hotel, sondern dann mache ich das gleichzeitig für mich selber, weil wenn wir das erreichen, dann habe ich meine eigenen Werte erfüllt, dann habe ich meine eigenen Sehnsüchte gestillt und dann tue ich das für mich selber und ich gehe nicht arbeiten für eine Firma oder nur, dass ich ein Geld verdiene. Und das war eigentlich der gigantische Durchbruch, den wir dann im Endeffekt gehabt haben und auf der Basis ist dann im Marketing und generell im Umgang untereinander das ein Wunder geschenkt, sagen wir mal so. Wie das Gefühl war dann auch da, die Motivation, du hast mir gesagt, wie geht das, hat der Gast einmal gesagt, dass ihr so motiviert, so freudvoll arbeitet bei dem Stress und das ist ja dann nicht mehr beschreibbar, das ist einfach richtig ein Prozess, den man ja eigentlich nur erleben kann, wenn man dort mittendrin ist, oder? Ja, das ist auch die Schwierigkeit, die man hat, wenn man andere Unternehmer, andere Hotels von dem Ganzen erzählt, weil das Menschliche, das Zwischenmenschliche sehr oft als weicher Faktor, als Softskill abgetan wird. Nur das Ergebnis ist ja dann etwas, das in harten Zahlen messbar ist. Ein Thema, das viele derzeit haben, ist zum Beispiel Fluktuation. Ja, wenn mir die ganze Zeit meine Mitarbeiter davonlaufen und ich ständig einen Nachschub brauche und wieder eine neue brauche, dann ist das etwas, das Geld kostet, was zum Schluss dann natürlich auch auf das Betriebsergebnis sich niederschlägt. Gleichzeitig gebe ich aber wahnsinnig viel Know-how aus der Hand. Ich habe ständiger Unruhe in der Mannschaft drinnen und diese Unruhe nimmt mir die Zeit, wo ich eigentlich mit erfahrenen Mitarbeitern schöne Momente gestalten kann. Weil in der Hotellerie natürlich, wenn ich Gäste habe, die schon seit Jahren kommen und die immer wieder an der Rezeption von der gleichen Mannschaft begrüßt werden, die im Wirtshaus Leute drinnen haben, die es vor ein Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren auch schon bedient haben, die wissen, den Tisch Nummer 13 wollen wir immer haben. Das sind dann so Kleinigkeiten, die dem Gast gegenüber eine riesengroße Wertschätzung darstellen. Dann dadurch kann man auch an den Preisen was machen, weil die reine Dienstleistung ist überall vergleichbar. Wenn ich heute als Hotel nur sage, ja, meine Stärke ist, ich habe ein Bett und ich habe im Wellnessbereich ein Planschbecken und eine Sauna, mit dem gewinne ich keinen Blomentopf mehr in der heutigen Zeit. Es muss... Ich wollte ja auch sagen, Michael, nur von der Motivation her komme ich nicht aus einem sechsstelligen Minus in ein sechsstelliges Plus. Also das war schon ein ganz besonderer Weg. Motivation ist ein Teil, aber wieso hat sich das so transformiert? Also ich finde das hochgradig interessant, der ganze Prozess. Das ist, weil die Transformation nicht nur oberflächlich stattgefunden hat. Wenn ich heute dem Mitarbeiter als Chef befehle, dass er sein Verhalten ändern muss, dann bin ich auf der Ebene der Symptome unterwegs. Und wenn ich einen Mitarbeiter zwinge, sein Verhalten zu verändern, aber er selber will das eigentlich nicht. Wie soll ich das beschreiben? Wenn ich meiner Frühstückskraft Checklisten vorsetze und sage, pass auf, Punkt 1 bis 10 ist jeden Tag abzuarbeiten, dann unterstelle ich der Dame, dem Herrn, ja gleichzeitig, dass es bisher falsch gemacht worden ist. Und gleichzeitig unterstelle ich eigentlich auch, du kannst das nicht allein. Und das ist so wichtig, dass ich die Menschen dazu bringe oder ihnen zeige, ihnen zu erkennen gebe, dass sie selber die Lösungen in sich tragen, dass sie selber auch wirklich etwas bewirken können, dass sie selber auch ein Teil sein von dem Ganzen. Wir haben sehr viele Entscheidungen mehr oder weniger demokratisch getroffen. Ja, zum Schluss muss ich als Geschäftsführer dann natürlich meine Unterschrift runtersetzen und dann meinen Kopf hinhalten, wenn etwas schief geht. Aber wenn ich als Chef jetzt nur eine Entscheidung triff und sage, das wird jetzt gekauft, das ist jetzt die neue Software, das ist das neue Werkzeug, mit dem ich jetzt zu arbeiten und ich setze den Mitarbeiter vor die Nase und sage, so ist es jetzt, dann wird das beim Mitarbeiter auf Widerstand stoßen. Weil dann kriegt er was aufs Auge gedruckt, was er selber gar nicht wollte, er wird überrumpelt und dann arbeite ich gegen meinen Mitarbeiter beziehungsweise er gegen mich. Das muss gar nicht absichtlich gemacht werden. Wenn ich den Mitarbeiter aber so weit bringe, dass er selber die Lösungen mit erarbeitet, dass er selber mitgestalten darf, dann ist das nicht nur eine oberflächliche Motivation, dass ich jetzt einmal begeistert bin und wieder zwei Wochen lang eine beiß, sondern dann werden die Mitarbeiter zum Mitunternehmen. Sie gestalten mit, sie schauen mehr drauf, dann wird der Woreneinsatz natürlich geringer, weil auf einmal jeder weiß, okay, wenn ich da jetzt was in die Biodonne eine haue, dann sind das auf der einen Seite Lebensmittel, die jemand zum Essen haben hätte können, aber ich schmeiße Geld weg, das sonst in der Firma da geblieben wäre. Und das wird auf einmal achtsamer umgegangen Also wir haben auch bei uns die Gehälter zum Beispiel oder wenn etwas gekauft worden ist, das ist bei uns immer transparent, jeder Lehrling hat gewusst, was als Geschäftsführer für Gehalt ausgezahlt worden ist. Das nimmt einfach sehr viel Neid und gleichzeitig motiviert man sich gegenseitig. Man ist nicht Grundbedürfnisse, Autonomie, man kann selber entscheiden, aber auch die Verbundenheit im Team, du bist wichtig, du bist mehr als die Rolle, du bist als Mensch gekommen und das hat eine Strahlkraft, weil du gesagt hast, die Herausforderung ist, Menschlichkeit ist so weich. Die Herausforderung haben wir auch gehabt und darum bin ich auch so dankbar über unsere Begegnung, denn wir haben die Hausaufgaben schon gemacht, jetzt nicht für uns und wir wollen hier auch zusammenarbeiten, wir haben nämlich in der Ökonomie der Menschlichkeit Logotafeln und auf dieser Logotafel, die man auch da hinten sieht, steht auch drauf, Folge der Freude, das heißt, wir machen zwei Bilanzen, die wirtschaftliche und die menschliche und wir gehen genau davon aus, was du angesetzt hast, mit Günther Begleitung Werte voll Leben, dass wenn ich mich auf die Menschlichkeit fokussiere, wenn ich motiviert bin, wenn das Leben und nicht nur Arbeit ist in dem Unternehmen, dass er der wirtschaftliche Erfolg folgt, also wirklich als Folge, wie du gesagt hast und diese Freude, dieses Gefühl, das ist ja eine Riesenmotivation, das ist immer eine bewusste Entscheidung, dass man sich nähert, dass man sich in dem Sinne ergänzt und das sind eben auch, ich glaube, bei dir, wo du so auch Worte suchst, das ist richtig ein schöner Prozess, der gut tut, wo man dann gern hingeht, wo man die Dinge auch gemeinsam löst und mit Gerald Hütter den Impuls, den wir gehabt haben, der hat ja genau auf das aufgesetzt, also wir haben ja einerseits die Person und andererseits den Menschen und der Mensch ist viel mehr als in dem Sinne die Rolle mit Schindlerhof, der jetzt ansteht, Nicole Kopiol, Klaus Kopiol hat vor 30, 40 Jahren gesagt, ja, ich baue ein Hotel oder ich übernehme ein Hotel, aber in der Hardware kann ich nicht punkten, ich muss schauen, dass ich es zwischenmenschlich mache, dass ich es im Miteinander mache und genau das war der Ansatz und die Nicole Kopiol hat ja ein Buch herausgebracht, Fucking Leadership und genau auf das baut sie aus, ich habe das Gefühl, dass es Zeit wird, die Geschäftswelt neu zu erfinden und was sagt sie, dass es Zeit wird, wegzukommen von den vielen Zahlen, Daten, Fakten, natürlich brauche ich die, die werden wir auch nie verlieren und die Angst habe ich auch nicht, mit Steuerberater und alles, da haben wir viele Instrumente und sie sagt, um mehr hinzukommen zu den Menschen selbst, die die Hauptrolle spielen in Klammern sollten, denn eine Organisation ohne Menschen ist eine Organisation ohne Leben und genau deshalb sind wir mit der Ökonomie der Menschlichkeit auch im Tourismus, in der Hotellerie, weil da eine riesen Begegnungsqualität ist, weil da unglaublich viel möglich ist und wir können da die Spirale nach oben ziehen, denn ich glaube auch das, ich bin da so mitten in einem Tourismusgebiet, da hat man Hotels einfach gebaut, weil der Lift da ist, weil es eine schöne Gegend ist und jetzt geht es aber um Positionierung, für was stehst du, was erwartet mich in Turten und das wird ein riesen schöner Prozess und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass man ein Praktiker ist und mit dir, Michael, braucht man nicht diskutieren, du hast es durchlebt, du hast es gezeigt, du hast es umgesetzt und was wir merken ist, schauen jetzt mit dieser zweiten Bilanz und das wäre vielleicht noch ein Punkt, wenn du dann ein bisschen was sagen willst dazu, mit der zweiten Bilanz, die ist schon sehr ungewohnt, ich habe die wirtschaftliche Bilanz und ich habe die menschliche Bilanz und das ist der Freudestatus, das heißt, das Unternehmen ermittelte Freude und weiß natürlich vorher nicht, wie geht der aus, das ist also sehr, sehr wissenschaftlich fundiert und eine Riesenchance und was könntest du da mitgeben, sich auf diesen Prozess des Zwitschelmenschlichen einzulassen? Ja, zuallererst einmal möchte ich sagen, die zwei Bilanzen darf man nicht als zwei Teile sehen, sondern die sind zwei Teile von einem Ganzen, weil es hat sowohl die Freudebilanz hat auf das wirtschaftliche eine gigantische Auswirkung, das darf man nicht unterschätzen und in die andere Richtung ist es aber auch so, wenn heute ein Betrieb wirtschaftlich Verluste schreibt, dann wird irgendwann auch der Freude die Luft ausgehen. Also das ist etwas, was ineinander greift und was man nicht so hart voneinander trennen kann. Ja, und was bleibt, wenn man in einem Hotel den Mensch wegnimmt, was bleibt denn dann übrig? Wenn ich keine Mitarbeiter habe und wenn ich keine Gäste habe, dann ist ein Hotel eine leere Hülle, so wie du das vorher gesagt hast und deswegen glaube ich, dass das eigentlich ein Wahnsinn ist, was in der Wirtschaft da die letzten Jahrzehnte noch funktioniert hat, wo Unternehmen einfach gemanagt worden sind, wo man anhand von Zahlen, von Organisationsstrukturen das Ganze anscheinend geführt hat, aber es ist eigentlich nur managen, nur verwalten gewesen und ich glaube, der Weg geht in Zukunft einfach dahin, dass wir wieder Leader brauchen, die als Vorbilder, als menschliche Vorbilder vorangehen, wo dann sowohl Mitarbeiter als auch Gäste gerne folgen werden und auch das Thema der Positionierung, was du jetzt gerade noch angesprochen hast, wir haben uns auch positioniert, aber nicht das Oberflächliche, dass man sagt, ja, wir waren ein Viersternhotel und wir waren ein Wellnesshotel und ein Seminarhotel, weil wir halt einen Wellnessbereich gehabt haben und Seminarräume gehabt haben, wir haben uns ganz anders positioniert, wir haben uns von innen heraus positioniert, und wir haben uns eine Listen gemacht, wie unser Gast sein muss, wenn wir jetzt eine Wunschlisten, also wir haben eine Wunschlisten geschrieben, das war so eine halbe, auch vier Seiten circa und da sind aber großteils Charaktereigenschaften draufgestanden, weil wenn ich Freude in der Mannschaft haben will, als Mitarbeiter haben will und dann kommt der Gast, über den ich mich ärgere, dann nimmt er mir die Freude weg und irgendwann ist dann auch wirtschaftlich eine Abwärtsspirale im Gang, das heißt, das Ziel ist, dass ich immer mehr Gäste habe, mit denen ich selber Freude habe und das ist für mich Positionierung gewesen, dass ich nicht hergehe und sage, ja, ich bin eben jetzt ein Viersternhotel, weil da gibt es in Österreich tausend oder fünftausend oder zehntausend andere Viersternhotels von dem habe ich nichts. Aber wenn ich das für mich einmal definiert habe, wen ich jetzt genau bei mir da haben will, dann entwickle ich eine gigantische Anziehungskraft auf den Menschen und je mehr Freude ich selber habe bei der Arbeit, desto mehr Freude haben auch dann die Gäste mit mir und so schaukelt sich das dann in die Höhe und schlussendlich ist dann auch die wirtschaftliche Bilanz wirklich supergut. Also das war dann so, dass wir eigentlich der Vorzeigebetrieb waren. Ja, und eins möchte ich auch noch kurz hinzufügen, die Lösungsfähigkeit in den einzelnen Mitarbeitern war etwas, das was mir als Geschäftsführer das Leben extrem erleichtert hat. Wir haben ja in diese drei Jahre, die wir gebraucht haben, um von sechsstelligen Verlusten zu sechsstelligem Gewinn zu kommen, so eine Maßnahmenkrise drinnen gehabt, wo es starke Einschränkungen gegeben hat und man nicht durchgehend geöffnet gehabt hat. Und das war damals wirklich wertvoll, dass auch meine Mitarbeiter Lösungen erarbeitet haben und dass wir gemeinsam wieder aufgesperrt haben und gemeinsam das Ganze gehandelt haben und nicht man als Chef der Wunderwutzi sein muss, der als Feierlöscher sozusagen durchs Unternehmen geht und überall die Probleme lösen muss. Weil das ist etwas, was viel Energie zährt und die Zeit und die Energie, was ich in das reinstecken muss, um irgendwo Lösungen zu finden und Probleme zu beheben, die fehlt mir auf der anderen Seite um, so wie es bei uns war, natürlich Lebensfreude, was dann als Slogan auch unter dem Logo übrig geblieben ist. Meine Zeit sollte ich dafür verwenden, etwas Gutes zu gestalten und nicht das Schlechte zu verhindern. Und je mehr ich das schaffe, je mehr ich in die Situation reinkomme, dass ich mich auf das Gute fokussieren kann und Gutes gestalten kann, desto gigantischer wird das Ergebnis dann sein. Schöner Prozess. Wir haben unsere Hausarbeit aufgemacht, die Marke steht, die Ökonomie der Menschlichkeit, der Freude-Status ist eruierbar als zweite Bilanz. Was wir unterschätzt haben, ist den Prozess dann im Unternehmen, den Freude-Status zu ermitteln und was mache ich dann? Und darum auch so schön, wir haben jetzt die Barbara Huttiger, die du noch nicht kennst, die das Projektteam, die Projektgruppe leitet und du, ihr seid absolute Praktiker, die Barbara war Jahrzehnte im Tourismus und begleitet jetzt. Das heißt, wir bieten ja den Unternehmer dann an, ermittelt den Freude-Status und ich glaube, ich habe es da so ein schönes Werkzeug, dann auch den Prozess in Gang zu setzen, das auch in der täglichen Kommunikation zu zeigen beim Gast. Weil es macht einen Riesenunterschied, ob ich persönlich für wen da bin oder menschlich wirke für wen. Weil dann interessierst du mich als Michael dahinter, einerseits als Coach, als Profession und andererseits wirklich dahinter und das tut uns so extrem gut und da gibt es auch tolle Hotelschule in Österreich, die nicht auf der Persönlichkeit, sondern auf der Menschlichkeit. Aber die Zeit ist reif, definitiv und wir werden da absolut punkten und das sind dann Wunder, weil das analytische Steuerberater wird nicht mehr verstehen, wie so jetzt die Bilanz so steil noch umgeht, weil genau das Potenzial ist und Gerald Hütter, mit dem wir ja sehr verbündet sind, sagt ja, wir können wachsen, wir können stark wachsen, aber nicht mit mehr Geld, mehr Mitarbeiter oder mehr Leid, sondern in der Menschlichkeit und das ist dann ein Magnetismus, der einfach gigantisch ist. Du hast das fortgelegt. Michael, ich danke dir, freue mich auf Weiteres und ja, es ist auf in eine freudvolle Zukunft. Danke, danke. Dankeschön, ja. Danke.